Alles klar Kinder! Ei Ei Captain! Geht das nicht lauter! Ei Ei Captain! Ooooooooooooooooooooooooh! Vertrau dir jetzt. NEIN! Ich wusste es! Johart! Johart ich liebe dich über alles. Oh mein Gott, wie ich dich liebe. Ich wusste es, Leute. So ein Scheiß mit Ansage. Oh, Mann. Das ist doch nicht fair, Mann. Ich fühle mich so mies, so machtlos. Ich fühle mich so machtlos gerade. Er spielt das wirklich auch gut, aber das ist doch wieder, das ist doch kacke gerade, Mann. Das muss doch 3-2 sein. Oh Gott, das... Ronel, 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 get the hell up. What are you laying on the ground? There are still 23 more minutes to play. What are you doing, Ronel? Get your ass up and play football. Best in the world. Hier, zum falschen Mann passt. Jetzt wird es langsam echt kurios hier. Das war das zweite Mal jetzt schon. Wer macht so ein aus der Drehung? Oh je. Ja, ganz genau. Ganz genau. Fuck it. Ja, fuck this shit. Ja, do the debt, my friend. Ja, komm. Wahnsinn. Ja, ist ganz cool so. Ja, ich zeige euch danach wieder. Ich zeige euch danach wieder. So, geil. Hier, erstmal. Schaut euch das an. Pogba. Ja. Wiu. Springen wir über den Ball. Jo. Prima Ballerina. Wiu. Einmal so. Ey, drüber. Und dann hauen wir den Ball dem Torhüter weg. Und dann. Nein, 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 nein. Nicht, Bartland. Du nimmst den Ball ja auch nicht. Denn Aguero muss diesen Ball ins Tor schießen. Ja. Es darf nicht hier sein, dass es David Luiz. Und wie er sich verbessert hat in den letzten Jahren. Und er hat nie aufgegeben. Und er war scheiße. Und dann nochmal scheiße. Und scheiße. Und scheiße. Und scheiße. Und dann ein bisschen bessere Scheiße. Und dann noch bessere Scheiße. Und, äh, ja. Bis die Scheiße eine kleinere Scheiße wurde. Und dann, äh, sich immer weiter verbessert hat. Bis es dann gar keine Scheiße mehr war. Sondern gar nicht mal so schlecht. Ja. Und ihr seht, wie das funktioniert. Das geht überall. Building des Todes. Wirklich. Ohne Witz. Geht aber nicht immer, mein Vater. Hey, hallo, Luke, 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 der Skywalker. Was magst du denn? Deswegen kann ich das hier aber schaffen, wenn ich es gut ausspiele. Kante, kann, kann, kann nichts. Kann nichts. Nicht Kante. Kann nichts. In der Offensive. Alter Verwalter. Ausrichten, passen. Ausrichten, passen. Ausrichten, passen. Weißt du, was das ist? Weißt du, was das ist? Nein. Schaut mal. Junge, verarsch mich nicht, Mann. Ich hab Angst jetzt vor diesem Spiel. Mann, ey, komm mal. Jetzt tu das, Mann, ey. Er läuft so langsam. Das ist doch ein Witz. Das ist Mashaku, Mashukiku. Wer auch immer das ist. Wie kann der mich einholen? Unfassbar, Mann. Mann, ey, bremst einfach ab wie eine Schnecke. Ja, bis jetzt kann ich den noch so kontrollieren. Aber wie lang wird das noch so? Klaaaaaaar. Pen. Nein. No paths aus der Drehung, my friend. This is not working. Das ist doch ein Elfmeter, Mann. Das ist Torraub. Ohne Scheiß, Leute. Habt ihr das gerade gesehen? Wie heftig Torraub war denn das jetzt gerade? Sick. Lauf doch, Matthias. Move your ass around, man. Erst. Ey. Triple Dusl, Triple Dusl. Hey. Hey. Bin mir hier nicht mit Triple Dusl. Was ist denn das in der Hell, Mann? Oh Gott. So viel. Was? Das ist aber ein Scheiß-Foul. My friend in the house. This is a foul. Was ist denn los mit den Schiedsrichtern, Mann? Also. This is a witch-shirts, Mann. Oh Gott. Bin ich ein dummer Kopf. Des dummen Kopfes. Der Dummheit, Mann. Ja. Ja. Das Spiel fängt an mich. So was zu... Oh, what the hell? So ein safes Tor wird mir nicht gegeben. Wigitarian, bei 23 und 1 verändern wir das Spielsystem und testen Wigitarian in der Spitze. Und dann gehen wir Wardi auf die Bank und schauen, was passiert. Es liegt nicht daran. Aber was ändere ich, vollidiot, auch an meinem Team, wenn es mit 23 und 1 super läuft? Es lag sicher nicht nur daran, aber ich bin auch ein Vollspast. An dem Stürmer wird es nicht liegen, aber wenn es einmal läuft, warum ändere ich ein Winning Team?